Es gibt eine Firma, die kann ich damit beauftragen. Was sind die üblichen Kosten für so etwas für eine Wohnung? Also 300 Euro, wenn du weißt, die Verwaltung kostet. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber in Deutschland haben wir jetzt neulich reden. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber natürlich auch die Ausfahrung. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen mehr, aber es ist ein bisschen mehr. In der Schweiz ist es ein bisschen weniger. Wie kann man das, wie merkt man das? Also die Leute, die das Aus jetzt verholen, die können es nicht sagen. Sie sind eigentlich in dieser Lage und schauen, wie er auf die Leidenschaft ist. Wenn Sie hier auf die Leidenschaft sind, dann müssen Sie hier auf die Leidenschaft. Sie sehen, Sie sind vertrauenswürdig. Sie sind komerzistisch, direkt rassistisch und ernsthaft. Nicht rassistisch, aber Sie sehen, gehen Sie in der Stelle. Und dann sofort. Wie schnell ist das überhaupt? Das ist ein paar Chester. Das ist ein paar Chester. Die haben wir noch mit Ereignisse. Das war für eine sehr gute Leidenschaft. Und dann auch noch die Leidenschaft. Und dann gibt es noch eine Stahlkarte. Also was gibt es? Hier haben wir hier oben als Investor, müssen Sie schauen, dass Sie ja den jetzt einen sozialen das was Sie wissen, wie wir dort sind. sind so eine Leere die auch sehr bei dem Ja, das war's. Ja. Es ist so weit, also. Es ist wirklich interessant. Ja, oder? Ja, oder? Ja. 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 Ja, ja. Ja. Das sind so viele kleine Dressen. Aber jeder muss sich das versperren. Ja. Ja, das ist das. Ja, das ist. Ja, das ist nicht schön. Es sind so viele kleine Dressen. Aber jeder muss sich das versperren. Ich bin jetzt am Land, mein Gott ist es natürlich für mich zu bezahlen, also in der Stadt ist es eigentlich fast nichts zu bezahlen. Ich finde die Preise, die sind da schon kaputt gegangen, aber ich muss es nicht sehen. Es ist so, weil ich in der Stadt war, ich denke, es sind drei Euro. Ja. 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 Also es muss wieder gehen zu sein. Die Verhältnis wird steigt aber das Begleitungs. Es darf nicht wieder gehen, weil die Familien, die sie bezahlt haben, wenn sie in der Stadt viel mehr als die Verhältnis, weil wenn sie in einem neuen Gebiet sind, sie kaufen ja jetzt oben. Ich sage mal, wie noch 2.000 Euro. Ja. 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 Es ist besser. Ich war aber schleckig. Nicht zu teuer. Der richtige Auto. Ich habe sowieso nicht die Möglichkeit für die Stadt zu kaufen. Entweder kaufe ich auf das Land oder ich kaufe nicht. meet. Ja. 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 Ja, toll. Ich habe sowieso nicht die Möglichkeit für die Stadt zu kaufen. Ja. Jetzt, jetzt? Das sind dann 80.000. Ja. Das sind dann 80.000. Ja. Ja. 80.000. Ja. Oh, sie können schon nicht drauf. Das ist doch nicht so geschlossen. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Jetzt kommt wieder Bus. Oder? Ja. Hallo, wir dürfen das 11.55. Wir sind pünktlich gelandet, damit herzlich willkommen auf dem Flugabend von Krakau. Wir planen Sie in C-Rain an Sicherheit noch auf solange Angesteinsitzen, bis wir die Endkriege am Parkposition erreicht haben und unser Kapitän auch die Anscheinzeichen über ihn ausgeschaltet hat. Wir möchten uns an dieser Stelle nun hier auch von Ihnen verabschieden und bedanken uns, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Flug mit uns hatten. Im Namen der gesamten Besatzung wünschen wir Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und eine sichere Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Schäuble sind wir heute noch einen Tag. Wir hoffen, dass Sie jetzt hierüberkommen sind. Wir hoffen, dass Sie heute mit der Ausbildung genutzen sind. Wir freuen uns gleich mit einer Frau von Ihnen insulin und Herzen ab in der Umgebung. Wir werden das Magenloche weiterentwickeln. Wir haben die cosine, die es heute im Ganzen gibt. Der andere ist ja böse, wenn man es schief läuft, dann schiebt meine Frau den Bösen. Ich bin häufig, sind es viel unterwegs. Nichts. Nichts zahlen, es wurde schon gut gezielt und dann habe ich sie rausgeschossen. Ja. Es war neu dann an anderer Wohnung gekommen, dass das Doppelverzahlung zieht. Ja, meistens ist das Problem, ja. Wenn jemand Blät ist, dann ist der Blät. Das haben wir nicht gemacht. Gegen Blödheit ist noch kein Kraut gerotzen worden. Gerade nicht, ja. Also das war so der Fall, wo ich da ein bisschen Geld verloren habe, mit den Leuten. Aber das war nicht blöd. Dann habe ich die Wohnung geholfen und jetzt habe ich eine zweite Rede. Das ist natürlich auch ein teurer Spaß. Das ist meistens. Ja, aber das ist sowas von angenehm. Das ist jetzt natürlich ins Auto. Parking Position. Ein paar Stunden bin ich dort. Meine Zahnbürste, mein Senf, meine Flasche, die Wein. Ich habe sie vor zwei Monaten aufgemacht. Aber die Hände steht nur in Kirchner. Aber jemand muss den Namen zusammen machen? Nee. Für zwei Monate. Für zwei Monate. Aber die Hände steht nur in Fortale. Ich bin fast. Vielen Dank.